Mein Name ist Alexander Kühle und ich bin der Autor von Stone und Runaways. Dieses Jahr sollte im Sommer das Finale meiner Runaways-Trilogie erscheinen. Dieses Versprechen gab ich meinen Lesern. Doch vor einigen Wochen begann ein Virus damit, die Welt aus den Fugen zu heben. Niemand ist davon oder zumindest vor den Auswirkungen der Bekämpfung verschont geblieben. Auch die Künstler nicht. Veranstaltungen, Konzerte, Messen und Lesungen wurden abgesagt. Die Folge ist, dass ich mein Versprechen ohne eure Hilfe nicht mehr einhalten kann. Als Autor im Self-Publishing muss ich, bevor ich ein Buch veröffentlichen kann, Dienstleistungen einkaufen. Dafür brauche ich eure Unterstützung. Helft mir zum Beispiel, indem ihr eine von den streng limitierten Buchboxen des Finals von Kimberly und Mike ordert. Eine namentliche Erwähnung im Buch als Sponsor ist selbstverständlich. Wenn wir es gemeinsam schaffen, diese Summe aufzutreiben, können wir im Sommer 2020 die Trilogie doch noch zu einem Happy End beenden. Ich danke euch für eure Unterstützung. Euer Alexander Kühl Vielen Dank.